Heute gibt's ein Kesselbuntes bei Super Mario Maker, ein neuer Event-Level. Ich selbst hab'n neuen Level erstellt aus Spaß, den schauen wir uns an. Und ein paar Bookmark-Level, ja, ich hab mich damit auseinandergesetzt und da gucken wir dann gleich mal. Ah, da unten schon der Spoiler. Brutal Passage. Toastbrot hat das gespielt. Sehr löblich. Okay. Erobere den Himmel in diesem Level, den Mario-Fans von Southwest Airlines gebaut haben. Wenn du ihn abschließt, erhältst du das Sky-Pop-Flugzeug aus Super Mario Land als Figur für den Fragezeichen-Pilz. Heftig! Nun, den Vergleich gab's ja schon öfter. Wegen der Feuer-Clowns-Kutsche haben schon einige Mario Land-ähnliche Level gebaut. Weil es da das Flugzeug gibt und auch das U-Boot, mit dem man schießen kann. Ich glaub, das Flugzeug war das letzte Levelchen in Super Mario Land. Ein schönes Spiel hatten wir im letzten Test. Als Let's Play ist es mir irgendwie zu kurz. Aha, da ist er wohl. Gut versteckt! Das war dieser Münz-Sound in Mario Land. Also doch schwarz-weiß. Ja, wie man immer wieder sieht, Mario Land ist von, äh, ein bisschen Super Mario Brothers orientiert und Mario Land 2 ist ein bisschen Super Mario World orientiert. Allein vom Pilz, wie der in Super Mario Land 2 aussieht, ne? Na gut, war ja auch ein Experiment, ne? Man wusste anfangs überhaupt nicht, ob der Game Boy überhaupt irgendjemand interessiert und deswegen kam ein ziemlich minimalistisches Super Mario Land Game mit Mario für den Game Boy. Was ist denn hier los? Und, äh, ja, das war jetzt auch nicht so lang und spektakulär und nachdem der Game Boy dann doch erfolgreich angekommen war, hat man sich bei Super Mario Land 2 mehr Mühe gegeben. Beide Spiele wurden ja auch nicht von Shigeru Miyamoto entwickelt, der hat sich da rausgelassen, aber irgendwie zeigen Mario Land 1 und 2 dann auch ein bisschen mehr, alter, ein bisschen mehr Kreativität. Es gibt ja die, die, keine Ahnung, die, die Uhrenwelt und die, die Welt, Allwelt und was Miyamoto macht, ist immer, ja, zweite Welt ist eine Wüstenwelt und dann Ozean. Also, gerade die News über Mario Brothers Serie ist ja leider irgendwie ein bisschen linear. Jetzt habe ich kurz vor Schluss noch den, die Verkleidung, das Outfit, das Kostüm verloren. Der Level an sich war jetzt wieder ein bisschen schwächer, finde ich. Da ist jetzt überhaupt nichts dabei gewesen. Schade Marmelade, aber da ist der. Der ist jetzt hier vorne, das ist ja krass. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was könnte 112 sein? War der schon die ganze Zeit eingeplant? What the? Und ich habe jetzt wirklich gedacht, dass irgendwas mit der Feuerclownskutsche kommt, weil da kannst du so vergleichbare Levels bauen, aber irgendwie, irgendwie nicht. Oder gab es da eine Röhre, die irgendwo reingeführt hat? Na, denn, ich habe auch schon geguckt, die offiziellen Baumeister haben zum Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, keine neuen Level. Möglicherweise gibt es inzwischen schon wieder neue Event-Level und all das. Es könnte sein, einfach aus dem Grunde, ich bin eine Woche im Urlaub und tue ein paar Parts vorproduzieren. So ist es halt. Deswegen nimmst du mir nicht übel die nächsten Parts. Also, die nächste Part wird wieder eurer Level und, alter, 0,8 Prozent, was ist los mit euch? Und dann bin ich wieder da und wir holen den ganzen aktuellen Stuff nach. Versprochen! So, wir kommen zu meinem Level und ich gehe erstmal erfolgreich drauf. Der Level, da ist wirklich nichts Besonderes. Also, ich habe mir schon sehr oft viel, viel Mühe gegeben mit meinen Leveln, so gut ich kann. Aber hier habe ich einfach nur auf der Couch gesessen, habe einfach nebenbei mit meiner Freundin im Fernsehen geguckt und habe den Level gebastelt. War so halbwegs da und, naja, einfach zum Spaß. Ich weiß, der letzte Level davor hieß My Final World. Aber trotzdem habe ich wieder Bock gehabt, ein Level zu bauen. Ihr seht, schon da oben geht es lang, da war ein, eine Bombe. Ja, wie ich gerade gesagt habe, My Final World, der Kommentar da unten. Ich hatte einfach wieder Bock drauf, deswegen, warum soll ich... Alter, verdammt! Meistens hat das Timing da gestimmt. Hier kommen Flammen heraus und ein Joschinski! Das ist die Lösung auf alles. Wir müssen die Flamme mitnehmen und die Bombe damit zum Detonieren bringen. Bumm! Die Passagen hier erfordern allerdings ein bisschen Fingerspitzen hier für... Gerade mit dem Eis. Also echt diabolisch, aber... Ich bekomm's hin, ich hab's ja auch gebaut. Kann mir schon vorstellen, dass viele damit Probleme haben, deswegen... Ich wollte eigentlich einen normalen Level machen, aber dann wurde er doch irgendwie anspruchsvoll. Naja, was soll's. Deswegen heißt er ja auch Brutal Passage. So, tschack! Party! Explodiert! Allerdings habe ich einen klitzekleinen Fehler gehabt, aber ich will das nochmal ganz kurz erklären. Und zwar, anfangs sollte es Joschi hier irgendwo vorne geben. Ihr müsst Feuer suchen, aber es gibt viele Möglichkeiten, an Feuer zu kommen. Also ihr müsst die Flamme jetzt nicht zwingend mitnehmen. Sondern hier vorne könnt ihr euch auch bedienen, das ist kein Problem. Deswegen habe ich Joschi nach hinten getan. Und, ähm... Der muss hier bleiben. Tschüss! Buhus, die einem nix tun, wenn man klein ist. Wenn man groß ist, kommt man da so gut wie gar nicht durch. Da müssen wir in die Röhre. Hier gibt's jede Menge Gegner, aber auch Götis. Ich will das einfach mal alles für euch öffnen. Ah! Der Stern wäre es jetzt natürlich gewesen. Fail! Allerdings ist schon ein... Ah, kommt doch her! Egal, jetzt können wir in die Röhre. Alter, ich schwöre! Ah, es gibt eine Feuerdlaunskutsch-Passage. Mit den Kollegen, da wollte ich ja schon länger... Ah! Länger schon was einbauen. Und ihr könnt natürlich mit der Feuerdlaunskutsche mehr machen, wenn ihr die Feuerblume habt. Die hab ich jetzt nicht mehr und deswegen seh ich ganz schön alt aus. Das ist auch so ne... Wand! Eieiei! Also, der Level ist durchaus anspruchsvoll! Ich steh halt auch ein bisschen auf Challenge, ne? So, der Weg ist frei. Ihr könnt den natürlich direkt aus dem Weg räumen, dann... Tun sie euch nicht allzu viel! Seid auf der Hut! Und hier geht's wieder raus! Kleiner Höhlenabschnitt. So. Thank you, man! Und jetzt zu etwas! Das ist innovativ! Das ist revolutionär! Das ist voll der Bullshit! Egal! Wir sind hier auf den Twomps. Müssen Spinjumpen. Oh, die haben nicht besonders viel Eile, also... Ah, ihr seht das. Am Ende hab ich Bowser hinten hingesetzt und das hat das Ganze noch um einiges schwieriger gemacht. War nicht so gedacht, aber dann hat's mir doch gefallen. Eieiei! Ah! Ne, ich hab's noch... Oh, schon überlebt! Das war aber haarscharf! Und bei Bowser befindet sich das Ziel, allerdings ist es versteckt! Wir müssen nur... Hier hin... Und da kann man... Ja. Oh nein. Bitte nicht! Das ist gar nicht so einfach, ans Ziel zu kommen. Jetzt steht nämlich Bowser direkt drauf. Komm schon! Alter! Jetzt seht ihr gar nicht, wie das am Ende ist. Eigentlich aufs Trampolin und da, wo der Pilz ist, in der Mitte, macht Mario normalerweise das Peace. Was soll's? Ich bin froh, dass ich es geschafft hab. Es war einfach ein bisschen random erstellt und... Deswegen... Nehmt's nicht zu amtlich, aber ich hab... Hat's einfach Bock und warum sollte ich euch das nicht zeigen, hä? Bitteschön! Ja! Okay. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen das jetzt so. Nee. Level suchen. Ach ja! Bevor wir zu den Lesezeichen kommen, noch was anderes. Ihr habt mir ja geschrieben... Auch, dass ich hier so ein bisschen umfriemeln soll. Also ich will jetzt gerade alle. Und ich hab ja immer letzte Woche gemacht, um die neuesten Sterne... Langlisten-Level zu zeigen. Jetzt mach ich mal global und werd die Level spielen, die noch so ein bisschen fehlen. Die angeblich so... Nein, Mann. Hier. Seht ihr? Da steht's. Das hab ich noch nicht mal so eingestellt, ne? Alle. Gesamt. Dankeschön. Und da wollen wir doch mal sehen. Also die wirklich die allermeisten Punkte und Sterne haben. Überhaupt. Automatik Mario Kart. Automatik Mario. Don't press anything. Die meisten haben wir ja schon gespielt, deswegen ist es ganz gut. Aber so ein paar Sahnehäubchen, wenn man so möchte, will ich euch natürlich noch präsentieren. Very simple. Rubber Ross. Guck, die ersten 15 Plätze haben wir schon. Okay. New Super Mario Brothers. You don't touch the shrooms von Kitty. Wie viel Prozent? 14, das ist okay. Wahrscheinlich, wir hatten schon mal was Vergleichbares in einem sehr frühen Part. Da durften wir keinen Pilz einsammeln. Ach, sonst kamen wir am Ende. Aha. Ich neu starte. Sonst kommst du am Ende nicht weiter. Natürlich, ich kann... Stand hier. Nee, nee, nee. So leicht würde ich es mir jetzt auch nicht machen. Was ist das Böse? Die Pilze. Des Todes. Ihr kennt ja mein Leben des Todes aus meinem ersten Let's Play. Und schade, dass es dazu nie gekommen ist, denn vielleicht kennt ihr noch den Let's Player Freaky Zockt oder Freak Gamer. Oh nein. Je nachdem, wie er so hieß zu der Zeit. Ernsthaft? Wie machen wir das? Und er hat auch einen Super Mario World Hack erstellt, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Ist hier vielleicht was? Anscheinend. Ja. Ein Hack, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Da hat er nämlich auch gemacht, dass irgendwelche Extra-Leben-Pilze einen umbringen. Die einfach den Effekt des Todes hatten. Und das fand ich so treffend... Ach, ich bin so blöd. Ach ja, jetzt geht's. Ich dachte, der wäre... Aber du musst ja, sonst kommst du da nicht weiter. Ja, ganz nett. Der hat auch so einen schönen Level gemacht. Das war sogar in seinem Trailer drin. Aber ich weiß nicht, ob er diesen Hack jemals beendet hat. Und jetzt ist es eh hinfällig inzwischen. Ich habe immer gesagt, ich witz, let's playen, wenn du es fertig hast. Gerade wegen diesem Witz. Ich glaube, das hat der Freaky, der Phil, gar nicht für mich gemacht. Krieg's leider keinen Stern. Bin hart. Ähm. Aber das war einfach random von ihm. Und bei mir hätte es halt richtig gut gepasst, wegen diesem Leben des Todes. So, Niramu mit Splatoon. Abschlussrate 55%. Wahrscheinlich ein Automatik-Level oder wohl eher doch noch ein Musik-Level. Untergrund. Das passiert Fernseh durch blaue Tinte. Ah, die Kommentare sind immer ganz witzig. Aber die Level, die hier noch sind in der Sternenrangliste, wir haben ja... Just wait here. Ah, okay. Nice. Schöne Ideen dabei. Kiefer? Was habe ich gegen einen Kiefer? Ist alles gut. Plupa. Die unechten... Verdammt. Die falschen Tintenfischer. Ihr seht schon, die Level sind jetzt nicht so, dass das... Das... Das Grüne vom Ei. Deswegen will ich mich damit gar nicht so beschäftigen. Ich tue ja ab und zu mal die Sternenrangliste zeigen und da geilen Stuff präsentieren. Aber manche haben halt in die Comics geschrieben... Hier, stell doch mal ein auf Gesamt und auf alle Zeiten. Die Zeit gönnen wir uns. Hallo? Es dauert aber lang, nur für so ein läppiges Extraleben. Das Zeitlimit macht es ja dramatischer. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen für diese verdammten Plupa. Wie wäre es damit? Wir nehmen einen Pilz und lassen den einfach schwimmen. Ja, ja, ja. Und dann kann ich den nehmen. Achtung. Ich erlaube mir einen Treffer, wenn überhaupt. Obwohl man eigentlich beschützt ist. Das ist halt die Sache mit den Plupern. Tschüss. Renn um dein Leben. Ach, Bullshit. Nice one. Ist okay, aber auch das hat jetzt mal keinen krassen Stern verdient. Waren jetzt zwei Level, die ich nachgeholt habe, ne? Ich habe mir vorgenommen, drei noch zu zeigen. Die drei bestbewertesten Level, die ich noch nicht gezockt habe mit euch. Deswegen machen wir das einfach mal. Und dann gönne ich mir den Stuff aus der... Aus dem Bookmark. Dazu dann gleich mehr. Das ist das hier. Irgendwas japanisches mal wieder. 20% Abschlussrate. Sieht automatikmäßig aus. Aber mal gucken. Muss man halt auch erstmal herausfinden. Muss man da nach rechts halten oder gar nichts drücken oder... Scheinbar ist das doch ein normaler Level. Irgendwann ist das nicht so live, Bro. Da ist was drin, würde ich sagen. Ja! Ja! Ist auch mal so, der Level. Ist jetzt nicht so atemberaubend. Das sind wieder mal die absoluten Basics. Als hätte es jemand erstellt, bevor er die ganzen Sets bekommen hat. Oh, die One-Ups bekommt man nicht, die da drin sind. Können wir jetzt auch nicht halten. Naja doch, der Blooper, da musst du schon ein bisschen was freispielen. Aber trotzdem sieht es halt ein bisschen basic aus, der Level. Man räumt halt mit seinen Sternen ein bisschen auf. Rocket hate. Hate from the rocket. Da kommt aber kein Rocket hin. Nice! Sternenrangliste. Wenn ich aus meinem Urlaub zurückkomme, ich habe es euch gesagt, dann wird es bestimmt geile neuen Stuff geben, sowohl bei den Event-Leveln als auch bei den offiziellen Baumeistern, als auch in der Sternenrangliste. Deswegen mache ich mir da nicht ins Hemd. So, Bookmark! Das ist eine Website, die ihr besuchen könnt. Am besten gleich von der Wii U aus. Die Adresse weiß ich gar nicht so recht, aber gibt es. Ich war erst bei Nintendo.de, da gibt es auch irgendwie die besten Level der Woche, aber das ist irgendwie Mitte Dezember. Auch hat es aufgehört, aber das letzte Update ganz komisch. Und ja, ich war auf der Seite und musste mich da nur einloggen. Let's play Marcus und mein Passwort. Es lautet 12345. Und dann gibt er nur die Level, die halbwegs interessant aussahen, habe ich einfach mal angeklickt und schwupp sind sie hier im Spiel. Nice, was? Fun and Fair Challenge. 34% Abschlussrate, also alles andere als schwer. Von N hoch 2 Nuki 2. Nuki 2. Ich sehe schon, es gibt eine böse Tür, die einen wieder zurückführt. So. There we go. Ah, ja, ja. Ich habe es gerafft, mir war der Level-Design das Design einfach noch nicht ganz klar. Jetzt werde ich wieder zurückgebracht, ist es so. Wahrscheinlich sind die Türen, die wir hier sehen, einfach nur immer Respawn-Punkte irgendwie. Also doch nicht am Ende irgendwie drei Türen und eine bringt sich wieder ganz zum Level zurück. Scheint ja auch nicht so diabolisch schwer zu sein. Ich weiß nicht, ob da ein paar Anfänger mit Zeitlimit kaputt gegangen sind oder ob es noch irgendwas gibt, wo man sterben könnte. Das ist schlimm für meinen Asthma. So, ich gehe wieder drauf. Ah, schade. Dann muss ich rücksetzen. Drabben, drabben, drabben. Oh, und jetzt. Haha, verstehe. Ich weiß ja noch nicht, was da kommt, deswegen muss ich mir das angucken. Einfach in Ruhe lassen. Ich dachte, ich muss da dran, aber... Wer sagt denn sowas? Okay. Nice. Aha. Kommt jetzt was noch Böseres? Ducken. Ich muss mich ja nicht ducken. Oh, hier. Ähm. Muss auf die warten? Ja, so schon mal nicht. Abwarten, du Klappspaten. Euch Kandidaten. Kann man knicken wie Pappkarten. Trotzdem möchte ich mal mit der Bahn mal sehen, wo die... Ja, das geht ja noch weiter. Oh man, I forgot my keys. Ich hab meinen Schlüssel vergessen. Hä? Wie warten? Warum warten? Hä, was labern die? Na, egal. Doch, der Level macht schon durchaus ein bisschen Spaß. Sind halt nette Jump-Run-Passagen, so ein kleines Bootcamp für Mario-Zocker. Wie bei den Sonic-Hacks, wo wir Sonic VR, glaube ich, hatten. Wo die Leute meinten, das ist ja ein Bootcamp für Sonic. Sucker. Und hier ist das Ziel. Ja, ein schöner Level. Da gebe ich auch ein Sternchen, ist ganz unterhaltsam. Nichts Besonderes, aber okay. Okay. Besser als mein Level. Oder? Was meint ihr? Meine Level sind immer so lang. Ich hab mir echt eigentlich vorgenommen, mal einen kürzeren Level zu machen. Bis auf die 10-Sekunden-Challenge natürlich. Ja. Fun and Fair Challenge. Kann man wirklich so stehen lassen. Das ist wirklich nichts Unmachbares. Der eine oder andere Sprung ist gewagt, aber für uns als wohl kein Problem. One Screen. Leave Crouch Jumps. Ein Ein-Screen-Level. Hat Luxeik-Link ja auch mal gemacht. Hab ich gezockt. So, und jetzt mach ich jetzt mal die Kombis weg, weil sonst seh ich noch weniger. Tut mir leid. Ähm. Mhm. Ich hab gar nicht genug. Hä? Ich brauch hier ein bisschen Anlauf. Hä? Anlauf reicht aber nicht so ganz. Doch. Irgendwann reicht er. Ah, ich seh schon. Oh mein Gott. Du darfst nicht über die Wolken. Das reicht. Das muss ich mal ein bisschen draufhaben. SMB3 Rules. Sag mal so, mit dem Cape wäre es schwerer. Auf jeden Fall. Mit dem Cape ist es unmachbar. Okay. Auch das noch. Ich war so blind, ne? Oh mein Gott. Sie haben Kenny getötet. So ist eigentlich auch einfacher. Weil du den Parcours schneller schaffst. Weil man einfach kleiner ist. One-Screen-Challenge. Hä? Nee. Wie das? Ich weiß es. Warte mal. Ich gucke jetzt schon mal weiter, wo ich noch lang muss. Alles klar. Ich verstehe. Türen hier hinten sind einfach nur zur Verwirrung. Das ist natürlich eine tolle Idee. Aber auch ebenso nervig. Boah, man muss ganz schnell sein auch, ne? Ach du heiliges Hackfleisch. Wie kriegt man das so schnell hin? Was zum? Das war's eigentlich schon. Eigentlich schon verbockt. Der fliegt halt nicht die ganze Zeit. Oh man. Was hier verlangt ist? Ein Eins-Screen-Level? Und da ist sogar ein Checkpoint drin. Alles völlig zurecht. Ah, schon wieder. Wenn ich da nicht hängen bleibe, ist es eigentlich zu schaffen. Kurz in Small Mansion, Leute. Kannst knicken. Ihr seht aber, dass die Level was taugen, ne? Nee. Warum? Wie weit muss man da runter, ey? Oh nein. Das war viel zu... Was? Wie knapp ist das denn? Dann hat das so eine gute Abschlussrate, oder was? Was sind das alles für Suchtis hier? Das wird schon wieder nix. Wir haben zu viel Zeit gekostet an diversen Stellen. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr knapp kalkuliert. Ich darf da halt auch nicht... Schade. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich müsste schneller sein. Warum? Wenn ich dann auch aufhöre und auf dem Block stehen bleibe, dann hör doch auf zu fliegen. Seht ihr? Da kann ich auch keine Zeit gut machen. Oh! Was? Oh nein! Warum? Warum? Ich will es schaffen ohne Schnitte. Aber da habe ich mich wohl geschnitten. Das wird wieder nix. Ich hatte es eigentlich. Ich hatte es eigentlich. Was? Du musst weiter nach unten gedrückt halten dann wieder. Wie ekelhaft. Eigentlich muss man das ja nicht, aber... Für den Level muss man es wohl dann doch tun. Jetzt hatte ich es eigentlich zweimal geschafft. Das ist ein bisschen zu knapp. Gibt's doch nicht. Please. Warum quält ihr mich so? Ich habe Frauenkind. Los. Alter, danke. Eigentlich wollte ich noch mehr Level zeigen, diese Art. Aus dem Bookmark, aber das holen wir sicherlich nach. Es gibt einiges zu zeigen. Ich bin froh, dass ich ein Level geschafft habe. Das gibt einen Stern. Probiert euch doch auch mal dran. Und ja, eure Meinung zu den heutigen Leveln in die Kommis. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder die Level meiner Abonnenten. Also bis dann und ciao.